Hallo liebe Freunde, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch von Ninja den neuen Woodfire vorstellen. Ein elektrischer Outdoor-Grill und Smoker. Das ist mich das ganz Neue an dem Gerät, dass er mich smoken kann und dadurch dann ganz neue Grillaromen dazu bekommt, was man sonst ja nur mit einem Holzkohlegrill hinkriegt. Auf jeden Fall ein ganz neues Gerät mit einem neuen Bedienkonzept. Wirkt auf jeden Fall wieder gut verarbeitet. Das Ganze ist wieder schön sauber auf jeden Fall. Zum einen hat man jetzt so eine Grillplatte dabei, wo man dann auch drauf direkt grillen kann für das Fleisch. Und wie gewohnt so einen Grillansatz nochmal für den Airfryer. Ansonsten hat man vorne so ein Drehpoly dran, wo man die verschiedenen Stufen auswählen kann. Leider konnte ich das Ganze noch nicht im Outdoor testen, da das Wetter einfach momentan nicht mitspielt. Trotzdem wollte ich euch das Ganze mal vorstellen. Ja, also wie gesagt, das ist mein Knusperkorb, die Grillplatte dabei, dann zwei Probepackungen an Pellets für den Rauchgeschmack oder auch Aromen, könnte man auch sagen. Dann mal so ein kleines Handbuch zur Bedienung des Ganzen und natürlich eine Kurzanleitung mit Rezeptbuch dabei, was immer sehr praktisch ist. Das nehme ich immer sehr gerne dazu, gerade am Anfang, wenn man das Gerät noch nicht so kennt und da sich ein paar Ideen holen möchte. Das ist immer sehr, sehr gut. Ansonsten kann ich immer auf die Webseite verweisen. Dort findet man auch jede Menge Ideen für Rezepte. Wie schon eingangs erwähnt, hat man ein ganz neues Beginnkonzept hier wieder. Zum einen diesen Drehknopf, wo man die verschiedenen Stufen auswählen kann. Das ist für den Outdoor-Bereich gar nicht schlecht, wenn man vielleicht dicke Handschuhe anhat, wenn man am Grillen ist. Und zum anderen diese Folientastatur, wo man die Temperatur einstellen kann und den Timer. Ja, wie gesagt, ansonsten hat man diese zwei Einsätze dabei. Und darunter direkt diese Heizspiralen. Das ist ganz neu. Das gab es vorher bei den anderen Geräten nicht. Das ist auf jeden Fall zu erwähnen. Und ansonsten oben, wie gewohnt, den Lüfter, der für die Umluft sorgt. Das völlig Neue an diesem Gerät ist die Smoker-Funktion. So hat man jetzt auch nicht nur einen Elektro-Airfryer, der grillen kann, sondern auch smoken kann. Also Raucharome im Endeffekt dem Grillgut noch dazu gibt. Und das soll das Ganze noch viel besser machen vom Geschmackerlebnis. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn ich es demnächst mal im Outdoor-Bereich teste. Das Gerät ist explizit für den Outdoor-Bereich gedacht, wenn es darum geht, natürlich zu smoken. Weil jetzt möchte man natürlich nicht den ganzen Rauch im Innenbereich, in der Wohnung haben. Ansonsten habe ich wie gewohnt für euch mal das Gerät ausgemessen. Da könnt ihr euch hier mal die Maße von holen, auf jeden Fall. Das ist schon relativ groß und man kriegt auch schon einiges drauf. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wenn ich demnächst draußen grillen kann. und das Gerät mal in der Praxis testet. Dazu mache ich auf jeden Fall mal ein Video noch. Und da könnt ihr euch mal dann noch anschauen, wie das Ganze dann live aussieht. Aktuell spielt ja das Wetter wie gesagt noch nicht mit. Aber ich hoffe, der Mai bringt da Besserung auf jeden Fall. Dass wir da dann auch mal das Ganze im Einsatz machen können. Ja, wie gesagt, das Gerät ist für den Outdoor explizit auch gedacht. Soll auch irgendwie witterungsbeständig sein. Aber ich würde es jetzt natürlich nicht drauf ankommen lassen und es voll im Regen stehen lassen. Das wäre jetzt nicht mein Ding, auf jeden Fall. Neu an dem Gerät sind die auffälligen Griffe, auf jeden Fall. Wie gewohnt hat man auch im Deckel dann wieder den Lüfter und die Heizspiralen, die jetzt unter der Grillplatte sind. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das neue Grillerlebnis ist, zum Vergleich zu den anderen Grills. Das könnte auf jeden Fall noch interessant werden. Ja, ansonsten ist das Gerät hochwertig verarbeitet. Wirkt wieder alles passend genau. Eine Dichtung ist in dem Deckel drin, sodass dann wahrscheinlich der Rauch sich einfach besser noch hält im Deckel. Und das Grillgut das im Endeffekt besser annimmt. Ja, ansonsten ist noch so ein kleiner Sicherheitsschalter drin, dass wenn man die Platte rausnimmt, anscheinend die Heizspiralen da abschalten. Ja, neu ist auch hinten diese Fettwanne, wo dann das Tropfgut unten reinkommt. Das kann man dann auch schön sauber machen, indem man es dann rausziehen kann. Finde ich auf jeden Fall gut gemacht. Ja, ansonsten wirkt das Ganze sehr stabil und robust, wie man sieht hinten an den Scharnieren. Und das Kabel ist auch gut nochmal isoliert. Also ist wie gesagt für den Outdoor-Bereich und da kann es auch mal regnen. Und das Ganze ist IPX4 zertifiziert, das heißt gegen Spritzwasser geschützt. Das ist schon mal eine Aussage. Aber wie gesagt, ich würde es jetzt nicht im Dauerregen stehen lassen, auf jeden Fall. Aber wenn man mal Regenschauer kommt und man gerade nicht aufpasst, sollte da eigentlich nichts passieren. Ja, ansonsten hat man wie gesagt diese Klappe jetzt, wo man die Pellets einlegen kann. Was ich aber noch nicht weiter testen konnte, dazu wird es aber demnächst nochmal ein separaten Video geben. Wo wir dann zusammen mal ein bisschen was grillen und dann können wir uns da auch nochmal ein bisschen mehr einen Eindruck verschaffen. Ja, ich hoffe es hat euch das gefallen, das Video von mir. Lasst mir gerne einen Daumen da, abonniert meinen Kanal. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über Kommentare. Ja, das war es dann soweit. Liebe Grüße und Bye Bye.